This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Die Zone Troopers werden von Alien-Flugeinheiten attackiert. Neutralisieren Sie sie. Was? Die Flug-Einheiten mit dem Kommando? Naja, was jetzt? Also, hier ist wieder so eine schöne Mission. Da sind die Ingenieure. Da sind die Zone Troopers. Da ist die Basis. Und hier ist auch noch irgendetwas. Infanterie-Trupp. Neues Bonus-Ziel. Manometer, gehen wir erstmal hier unten hin, Leute. Das sind Gisten. Wir dachten, Sie sind tot. Holen wir uns zurück, was von der Stadt übrig ist. Die Aliens haben unseren Haken. Helfen Sie uns. Manometer, Leute, das ist wieder eine Mission, wo Aliens die Menschheit bedrohen. Sir, diese Aliens haben uns festgenagelt. Wenn wir im Gebäude sind, ist alles okay. Aber sobald jemand feuert, schaut Sie durch Fenster und pressen ihn. Können Sie uns helfen? Ein Ausdruck. Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, los, los. Oh, mit der Ruhe. Kommt mir bekannt vor. Aliens. Verdammt, seht euch das an. Boah, Alter. Bonus-Ziel. Langer. Langer. Okay, Leute, ich habe dich gerade berühmt im Speicher. Wie in diesem Mission heißt es wirklich alles geben oder nichts. Langer. 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 Aber diese Kisten wollte ich in Folge mal untersuchen. Ich hoffe es sind ein paar Förderungskisten Hallo Hallo, da ist ne Kiste Wollt ihr mich eigentlich verkackern? Gut, ich hab keinen Bock mehr die Kiste einzusammeln Das wird mir nicht so blöd Oh Gott, Flug einheiten So, jetzt holen wir uns erstmal die Ingenieure ab Dann wird das Ende schon ein bisschen Also Leute, immer schön zusammenbleiben Und Runwalking Aliens Nehmen Sie das östliche Kraftwerk ein Um die verlassenen TDI-Basis Äh, holen wir uns die TDI-Basis zurück Wen soll ich erledigen? Und zum Besten auch noch so ein Tripod Oder wie die heißen? Tripod, ja Die Krieg der Welchen Dinger Besser gesagt Hier ist ein neues Ohrvers identify P89 Alien Technologie Technologie Alter, hier schwirren die ganze Firehawks rum die uns natürlich nicht helfen sind eher damit beschäftigt uns nicht zu helfen gibt es ja auch irgendwo Rick wo ich mein Tripport reparieren kann natürlich nicht hier sammelt immer die Kisten auf was ist in deiner anderen Kiste doch gefechtsstand ist einsatzbereit gut zusammen wenigstens der Karte ich weiß schon wo es lang geht das war schon immer wieder das haben wir hier noch ein Kraftwerk ich kümmer mich um alles wir lassen wir nach links Leute wenn unser Tripport hat sich regeneriert regenerieren sich die Alien-Einheiten von alleine oder was geht hier ab na was sonst dann macht den mal hin Aliens geht doch was ich cool finde ist dass die Kommandor-Einheiten sehr schnell befördert werden das geht wirklich richtig zügig zu mir in Arsenal da können wir unsere Infanterieeinheiten links befördern keine Ahnung was das jetzt war alles alles Arsenal ist einsatzbereit Sir wir können die Infanterie heilen die Einheit verloren schön Sie zu sehen Sir jagen wir ein paar Aliens geht doch hallo ich will meine Sohn Schuppers haben alles bereit ich habe was ich brauche die Penner erledigen unsere Ingenieure unser Kraftwerk auch noch dazu muss das denn warum ist hier keine Flugabwehr an die Arbeit wir können ja was erforschen am besten ich kümmer mich um alles aber warum kann ich die so ein schuppers nicht nehmen ja was man sieht denn jetzt immer mit der ruhe leute jetzt schlagen wir zurück das wird auch gut jetzt haben wir so so etwas leute und mit dem upgrade da unten sollten sie noch etwas besser sein ich habe seit vorhin reparatur aber die seite macht das schon habe ich leichte freundlich er war ja nicht noch so ein tipport super darum ist es doch an die arbeit ja könnte sich nehmen ich habe was ich brauche die tippe das ist gar nicht das ist aber unfair das finde ich jetzt aber sehr sehr unfair von dem ich würde mir ruhig ein paar geldkisten geben das ist zu nah an der basis nicht desto trotz können wir das das westliche schale mit da ist einsatzbereit wir wollen wir nach norden hier ist was schlimmes passiert das spüre ich ich bin da ich bin da was macht der da? Was machen die da, Alter? Sind die Zone-Drupper blöd? Dafür frage ich mich, ob die uns extra verarschen wollen. Boah, Alter. Trotzdem ist gerade eins zerstört worden. Das war nicht wirklich. Gehen wir da rein. Und die Ingenieure sollten ruhig hinter dem bleiben. Da gibt es nämlich auch noch was, ne Basis. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Wir haben alles akribisch vor, bevor wir die feindliche Basis erobern. Ach so, Scharfschützen sind das. Geht doch. Für ein bisschen Scharfschützenfeuer habe ich doch nichts dagegen. Bonus-Ziel erreicht. Ein weiterer Anbietung. Muss auch noch ein Problem. Nein. Super, Alter. Sie bluten zwar in einer anderen Farbe, aber sie bluten. Jetzt haben wir noch einen und der muss überleben, um das Kraftfaktor-Tippen zu erobern. An die Arbeit. Ich kümmer mich mal an. Dann sind wir ja eigentlich ziemlich gut mit den Ingenieuren ausgekommen. Melden uns zum Dienst. Und? Heilkiste. Dazu sage ich doch nicht nein. Alles bereit. In einer Sekunde bin ich drin. Super. Ein Herz wird angegriffen. Ein Herz bis zum. Von als Nicht zerstören. Kopf meiner Kommandoneinheit macht das schon. Ok, kriegen wir los. Einsatzziel erreicht. Wenn wieder was Nettes. Ja sir. Infanterie. Wenn wieder was Nettes. Die Kaserne sogar auch noch. Wen sollen wir neutralisieren? Wende sollen wir neutralisieren? das Geld reicht für ein paar Ingenieure ist das Gebiet sicher wirklich um unsere Einheiten zu reparieren in der Tat es kommt wirklich wie Geruch seht ihr Leute mit ein bisschen Geschick kann man händischen hier auf die Beine stellen natürlich können wir keine Dings bauen Mommet-Panzer Alien-Technologie für uns zu einsatzbereit so was in der Kiste ist hoffentlich ein Stern dann können die sich nämlich glaube ich heilen ne, Geld, naja kann man auch gut gebrauchen Wellgun brauche ich eigentlich überhaupt nicht ne, brauche ich eigentlich alles nicht, warum kann ich keine Dings bauen dann wollen wir mal auf dem schnellsten Weg nach Norden gehen und unsere Basis hier dabei beschützen und für den finalen Angriff mit unserer hübschen Alien- und Menschen-Armee mit unserer hübschen Alien- und Menschen-Armee so hätte ich das ja eigentlich nicht im Kopf äh, und so hatte ich das eigentlich auch nicht im Kopf unsere Basis wird angegriffen feindliche Einheiten mit sich super sind einsatzbereit super benötig super zerstöre es mit deinem Laserstrahlen super, die zerstören ja direkt alles wird sie dann gewacht kommen mindestens eins davon muss überleben sollte das hier auf meine arme kommando einheit drauf zu gehen ist überhaupt nicht nett finde ich gar nicht nett was ich mich gerade frage was machen die skrits hier eigentlich gibt es doch kein tropfen tiberium in diesem gebiet wir haben flugabwehr doch nicht das sind die die Der Feind ist überall Oh Alter, da kommt meine Verstärkung Die Airlines müssen zerstört werden Komm, zerstört das fändliche Gebäude, dann können wir alle nach Hause gehen Ja, meine Kommandante macht das schon Super Leute, das war wieder die nächste Deutschlandmission Keine Ahnung wie viele es noch gibt, eigentlich müsste das schon gewesen sein Ja, ich hoffe es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns jetzt mal, bye bye